Herzlich Willkommen zur Coffee Cup Learning Einheit Fortbildung und Peer Learning übers Netz. In den nächsten Minuten werden Sie unterschiedliche Arten der Professionsentwicklung mit einem besonderen Fokus auf Online-Fortbildungen, Netzwerke und Social Media kennenlernen. Rolle und Funktion der Schule sind stark an gesellschaftliche Entwicklungen gekoppelt und somit in einem ständigen Wandel. Ebenso der Lehrberuf, den wir bereits in Modul B, Pädagoginnenrolle im Wandel, beleuchtet haben. Sich im Fach sowie im methodisch-didaktischen Bereich am Laufenden zu halten, ist für PädagogInnen nahezu unumgänglich. Dies kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Am Schulstandort findet zum einen ein Austausch im Rahmen von informellen Gesprächen mit KollegInnen, aber auch in Konferenzen oder Mentoring-Programmen statt. Zum anderen dienen schulinterne Fortbildungen und pädagogische Konferenzen der Fortbildung zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Die meisten österreichischen Schulen haben mittlerweile Lernplattformen in Verwendung, die für Unterricht und Administration, aber auch zur Vernetzung und zum Austausch im Kollegium genutzt werden. Externe Fortbildungsveranstaltungen finden in Österreich hauptsächlich an pädagogischen Hochschulen, aber auch an Universitäten und privaten Instituten statt. Der Besuch von Vorträgen, Fachkonferenzen oder Netzwerktreffen ist ebenso ein sehr effizienter Weg, um sich fachlich up-to-date zu halten. Das Lesen berufsbezogener Literatur ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Professionsentwicklung. Dies kann über Fachzeitschriften, Publikationen, Newsletter oder Artikel in Onlineportalen wie beispielsweise jenen von Schule.at erfolgen. Viele KollegInnen, wie auch Sie gerade jetzt, nehmen virtuelle Fortbildungsangebote in Anspruch, nicht zuletzt aufgrund der zeitlichen und örtlichen Flexibilität. Diese können in den unterschiedlichen Formen stattfinden, wie Sie im nächsten Kapitel erfahren werden. Als Einstieg ins Online-Lernen eignen sich Selbstlernangebote sehr gut, wie zum Beispiel diese Coffee Cup Learning Einheiten. Aber auch Tutorials, wie zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal des Mathematik-Professors Christian Spannagel, eignen sich sehr gut. Oder Bildungstv-Sendungen, wie sie von EduGroup angeboten werden. Immer beliebter werden sogenannte Webinare, wie zum Beispiel die E-Lectures der virtuellen PH. Zu bestimmten Terminen finden in einem virtuellen Seminarraum Vorträge, Diskussionen oder fachlicher Austausch mit ExpertInnen und PraktikerInnen statt. Dabei können Sie live mit den Vortragenden und den anderen Teilnehmenden in Kontakt treten. Ist man an etwas längeren Online-Fortbildungen mit starkem Praxisbezug und Austausch mit KollegInnen interessiert, sind Online-Seminare vielleicht das richtige Format. In diesen zwei- bis vierwöchigen Lehrveranstaltungen lernt man auf einer Lernplattform, erarbeitet unterschiedliche Aufgaben und wird intensiv von einem Trainer oder einer Trainerin betreut. Online-Fortbildungen für sehr große Gruppen, sogenannte MOOCs, werden zum Beispiel über die Plattform der TU Graz, iMOOCs, angeboten und behandeln auch für LehrerInnen sehr interessante Themen. Eine immer größere Rolle in der Professionsentwicklung spielen Netzwerke, die das informelle Lernen, aber auch das Lernen in professionellen Lerngemeinschaften oder persönlichen Lernnetzwerken unterstützen. Netzwerke werden meist über das Fach oder über Interesse an Unterrichtsprinzipien wie zum Beispiel digitale Bildung ausgewählt. Oft entstehen Netzwerke auch im Rahmen von Konferenzen oder Fortbildungen. Zur virtuellen Abbildung von Netzwerken werden meist Lernplattformen wie Moodle, LMS-AT oder Office 365 genützt. Wie intensiv man sich innerhalb eines Netzwerks engagiert, obliegt einem selbst. Wenn man möchte, kann man aktiv an Diskussionen oder am Austausch von OER – Open Educational Resources – teilnehmen. Man kann Netzwerke aber auch eher rezeptiv für Tipps, Inspiration und einen Blick über den Tellerrand nützen. Social-Media-Kanäle wie Facebook, YouTube, Twitter oder Blogs werden von immer mehr PädagogInnen aktiv als AbonnentIn genutzt. Besonders engagierte KollegInnen oder wissenschaftlich aktive PädagogInnen betreiben eigene Blogs, über die sie AbonnentInnen regelmäßig mit Beiträgen versorgen, welche abonniert werden können. Elke Höfler schreibt in ihrem Blog beispielsweise regelmäßig zum Thema Fremdsprachen und Web 2.0. Gerhard Brandhofer beschäftigt sich in seinem Blog mit dem Thema Digitale Kompetenzen von PädagogInnen. Sie kennen nun unterschiedliche Arten der Professionsentwicklung, insbesondere über Online-Plattformen, Netzwerke und Social Media. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zusammenstellen Ihres persönlichen Fortbildungsblumenstraußes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.